Willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir sollen für die Jäger, die wir hier getroffen haben, einen Bär erfinden und da sollen wir jetzt eine Fährte aufnehmen. Das machen wir jetzt mal. Ich wollte doch meine Keule nicht anzünden, ich habe doch da nur gelootet. Ah, da ist die Bärenspur, glaube ich. Hier sind zumindest Tatzenabdrücke. Wie rum gehen die denn eigentlich in die andere Richtung? Gucken wir doch mal. Wie hören die hier nämlich auf? Ach, da geht es weiter. Sie meinte, wenn ich einen Bär gefunden habe, soll ich leise gehen, weil ich wie ein Mammut trampel. Kann ich hier die noch schnell looten, die Hand? Wo ist das Ding denn? Ich sehe es mal wieder nicht. Okay, ist egal. Wir folgen jetzt der Bärenspur. Diese Richtung. Wie kann ich denn eigentlich die Fackel wieder ausmachen? Geht das überhaupt? Oh, ich sollte hier nicht mit Feuer umlatschen. Nehme ich mal einen Speer, so lang. Unten ist irgendwas. Das ist eine Spur. Da habe ich einen Bogen. Speere habe ich zu wenig. Die Bienen runterschießen. Bloß weggeblühen Bienen. Jetzt guck mal hier mal. Ah! Ah, der Bär hat die Bienen geplündert sozusagen. Hier ist mein Pfeil. Kann ich den eigentlich auch? Ich brauche da auch, von diesen Bienen brauche ich da auch irgendwas. Da habe ich das jetzt schon automatisch eingesammelt. Oh, vorne kommt irgendwas. So, jetzt müssen wir erstmal gucken wo es hier weitergeht. Da! Hier ist er lang. Der Meister Pets. So, was ist denn eine Ziege? Interessiert mich jetzt nicht. Guck mal an, hier ist auch noch. Bienen, ah, ich habe Bienen schon aufgehoben. Okay, den darf ich wohl nicht kaputt schießen. Muss ich aufheben? Das muss mir mal einer sagen. Baum nehme ich auch mit. Das Ding auch. Als einpacken. Ich muss ja noch ein Dorf aufbauen. Was ist denn du? Oh, hier liegt ein Arm. Zorniger Bär. Nicht so gut, oder? Ich habe einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. Das sind Wölfe. Die kümmern uns jetzt erstmal nicht. Ich höre, glaube ich, den Bären. Oh, da ist noch so ein Bergpuma oder was das ist. Habe ich ja schon gezähmt. Oh, jetzt habe ich meinen eigenen getroffen. Scheiße. Das war genau der gleiche. Hast du Kollege umgebracht? Höhe, ja. Gut. Habe ich so ein Fell auch mal. Und zieht schon wieder irgendwas in Spur. Ich wollte eigentlich den Bär finden. Wo ist denn der jetzt hin? Bär und Spur. Hier unten zieht sie an. Oh, Moment. Da läuft irgendwas. Was ist denn du für einmal? Vielleicht kann ich den zähmen. Ja, den zähme ich auch mal mit. So einen habe ich noch nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, ein seltener Rotor. Und zieh an. Hallo. Gucke ich mal ins Bestienmenü. Ganz normalen und seltenen. Den seltenen habe ich gerade. Sehr cool. Jetzt kann er in den Stärken Tempo. Schleichen kann der gut. Ich will aber den Löwe. So, wo ist jetzt der Bär? Unten lang. Das ist aber ganz schön weit gelaufen. Ich habe was untersucht. Nein. Hier geht es weiter. Wo ist denn jetzt die Spur hingewesen? Hier so. Ah, hier drüben. Unten am Ufer habe ich was gesehen. Ich will da ein paar Fische fangen. Oh ja, hier ist viel. Kann es sein, dass der da unten schon sitzt. Ich habe da irgendwas am Ufer sitzen. Das ist er nicht, oder? Was ist er denn? Scheint ein Vogel über mir zu sein. Das ist auch ein Fischer hier. Oh. Warte mal hier. Was war denn das jetzt für ein Vieh? Ist abgehauen. Ich würde gerne mal eins zähmen. Wo sind denn jetzt hin? Das war glaube ich so ein Gepard oder sowas. Hm, der wollte nicht gezähmt werden. Jetzt nochmal. Habe ich wieder eingepackt. Boah, ist der schnell. Hm. Scheint wohl etwas schwieriger zu sein, den zu zähmen. Der ist hier am Jagen. Wir gehen jetzt erstmal wieder zu den Bären. Das ist hier irgendwo gewesen. Ah, hier ist noch eine Tasche, die ich lupen kann. Kann ich die Fische auch lupen hier? Nö. Na gut. Bärchen. Ah, hier drüben lang. Alles klar. Komm gleich. So. Fernglas wäre mal geil, aber sowas gibt es hier leider noch nicht. Okay. Ah, geil. Oh. Hi. Ganz ruhig. Oh, so einsam kriege ich ja was zusammen mit Themen hier. Oh, Südstein brauche ich auch. Hallo. Sieht ja cool aus. Der gefällt mir. Vor allen Dingen ist er richtig schnell, glaube ich. So, hier drüben geht es aber weiter zu den Bären. Das war doch hier, ne? Ups. Da sind noch ein paar Ziegen. Da ist noch ein Südstein, den nehmen wir natürlich mit. Den brauche ich nämlich zum Hütten bauen. Ich würde aber erst noch mal wieder gerne den Löwe haben, oder? Was hat der? Tempo, schleichen. Stärke hat er nur zwei. Und der hat alles drei. Ich nehme erst mal wieder den Löwe. Ist wahrscheinlich für den Bär besser geeignet, falls ich gegen den kämpfen muss. Jetzt finde ich Bär. Oh, eine Fähigkeit und Dings. Ich sollte vielleicht mal speichern. Äh, wo liegen das hier? Ach, da unten. Ich will aber nicht beenden. Oh, egal. Lass mal das mit dem Speichern. Ich weiß nicht, wenn man hier einen Quicksafe macht. Muss ich mal nachgucken. So, ich sehe auch leider nicht. Ah, hier drüben. Lass mal vorbei, Löwe. Was, Holz ist schon wieder voll? Ist er denn jetzt langgelatscht, der Bär? Ach, hier drüben. Vielleicht denke ich immer, diese Steine sind die Bären. Was ist denn das für ein Vieh? Oh, ich habe keine Köder mehr. Ich dachte, das wäre so ein weißer Dingsbums. Der will ja nicht. Bin ich denn hier noch auf der Bärenpferde? Jo. Was bist du denn für einer? Probier mal, ob du kriegst. Ne, ist weit weg. Okay. Schade. Aber ich glaube, wir kommen ja langsam ins Bärengebiet. Oh, da drüben ist er doch. Was soll ich jetzt mit dem Bär eigentlich machen, wenn ich den gefunden habe? Möchte ich den killen, oder was? Schildkröten? Cool. Spüre den Bären auf. Ja, aber... Was mache ich, wenn ich ihn gefunden habe? Erst mal meine Katze draufjagen, mein Löwen. Jawohl. So, mit Tank geht das ganz gut. Ach, hier das Viech ist auch ungefallen. Schade, ich dachte, das wäre irgendwie eine seltenere Ziege oder sowas. Braunbär. Dankeschön. Sehr gut. Was hat der noch rumgelegt hier oben? Ein Affe. Einen Affenfell gekriegt. Finde die Jäger. Ja, wo sind die Jäger? Wo soll ich die denn jetzt suchen? Püska Flussaußenposten. Boah, da ist ein Säbelzahntiger. Cool. Boah, der ist sehr schwer. Aber die kann ich noch nicht zähmen. Von daher lasse ich das erst mal. So, wo soll ich denn jetzt die Jäger finden? Steht hier natürlich nirgends. Kann ich hier irgendwas beim Handwerk noch machen? Darf ich nicht? Darf ich nicht? Ah ja, Bienenschwarm. Natürlich kann ich Stachelbogen herstellen. Steht auch da. Aber kann ich auch was verbessern? Nordceder. Nee. Nee. Was? Moment, bei der Jägerin kriege ich ja dann auch wieder irgendwelche Sachen. Eine Schleuder. Aha. Ein Langbogen und ein Doppelbogen. Oh, lustige Sachen hat die. Ich will mal gucken. Ich habe mal ein paar Fähigkeitspunkte gekriegt. Was kann man denn hier noch Schönes machen? Aha. Dafür brauche ich drei. Was ist das hier? In der Hocke schneller bewegen. Kostet zwei. Ich würde sagen, ich mache die zwei Dinger mal. In der Hocke. Das ist bei der Jagd ganz gut. Und mehr Gesundheit herstellen ist ja auch nie schlecht. So, dann haben wir unsere Punkte auch mal wieder verteilt. Jetzt muss ich die Jäger suchen. Keine Ahnung, wo ich die finde. Ach, da unten steht sie auf der Map. Ach, die sind da in der Höhle wahrscheinlich drin. Oder irgendwie so. Hallo? Gehen wir zu Hause? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, die hat sich angeschlossen. Juhu. Auf der Jagd. Abgeschlossen. Bevölkerung, äh, 18. Kann ich das hier einsammeln? Nein. Tasche voll mit Hartholz. Mhm. Irgendwas herstellen? Nö. Nö. Ja. Gucken wir mal auf die Map. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich ja direkt bei so einem... Suche nach dem vermissten Venture und rette sie. Aha. Gut. Wie es weitergeht, sehen wir nächste Folge. Bis dann.